Alles wird sich ändern. Dieser Wandel bietet keine Chance. Es ist Unsinn zu sagen, dass Menschen in Deutschland im Alter gesund und selbstbestimmt leben können. Dass unsere Gesellschaft zwar kleiner wird, aber dass immer mehr ausländische Fachkräfte in Deutschland arbeiten. Wir können froh sein, wenn wir eine schlecht bezahlte Arbeit haben. Wenn wir einigermaßen gesund sind, weil es nicht genug ist, zu arbeiten bis man stirbt. Es ist kein erfülltes Leben. Unsere Gesellschaft wird sich verändern. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Manche von uns glauben das Gegenteil. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Unsere Gesellschaft wird sich verändern. Es ist kein erfülltes Leben, zu arbeiten bis man stirbt. Weil es nicht genug ist, wenn wir einigermaßen gesund sind, wenn wir eine schlecht bezahlte Arbeit haben. Wir können froh sein, dass immer mehr ausländische Fachkräfte in Deutschland arbeiten. Dass unsere Gesellschaft zwar kleiner wird, aber dass Menschen in Deutschland im Alter gesund und selbstbestimmt leben können. Es ist Unsinn zu sagen, dieser Wandel bietet keine Chance. Alles wird sich ändern. Alles wird sich ändern.